Pass auf. Treffen sich zwei Jäger. Und da sagt der eine, du... Gerd, Jägerwitz. Bitte nicht. Doch, pass auf. Treffen sich... Und da sagt der eine, du... Ich war auf Löwenjagd. Ich hab... Ich hab einen Löwen erschossen. Wie hast denn das gemacht? Sag der, ja. Wenn du ganz nah beim Löwen bist, dann macht der Löwe so. Sag der, wie? Sag der, pass auf. Du pürschst dich an. Ganz leise pürschst du dich an. Und dann guckst du ihn an. Und dann macht er so. Und dann sagt der, das ist doch ein Blödsinn. Löwen machen doch nicht... Die machen doch... Ja, sagt er. Vorne. Das ist doch ein Blödsinn. Das ist doch ein Blödsinn. Das ist doch ein Blödsinn. Vielen Dank. Vielen Dank.